Vier Tage, bis mein Merch rauskommt! Denn, Freunde, heute ist der 11. Mai und am 15. Mai kommt mein Merch endlich raus, Freunde. Ihr seht schon, hier ist ein Piece davon. Wenn ihr das nächste Piece sehen wollt, ich denke, beim nächsten Video werde ich alles zeigen, was mein Merch so mit dabei ist, Freunde. Denn es sind nur noch vier Tage und wir haben nicht nur Pullover oder T-Shirt oder so, sondern es gibt noch einiges mehr, Freunde. Von daher merkt euch, Freunde, in vier Tagen am 15. Mai auf lolingo.de beziehungsweise einfach kidmef.de dann kommt ihr direkt auf die Seite. Aber somit ein herzliches Willkommen zu diesem Video, Habubis. Ihr seht schon, wir haben heute wieder TikToks-Videos, Menios. Und ich schäm mich ein bisschen, weil TikToks können manchmal ein bisschen haram werden. Aber ey, ist in Ordnung, Digga. Wir kriegen ja Sinn, Freunde. Und ich mag das eh nicht so viel zu labern, deswegen let's go, wir starten jetzt rein ins Video, Freunde. Aber Merch-Werber muss das trotzdem sein. Du wirst, was ich meine, oder? Entschuldigt auf meine Stimme, ich bin gerade aufgewacht. Ich, während ich mein Essen aufwärme in der Mikrowelle, nachts. Okay. Okay, das... Bruder, die Sache ist, ich dachte gerade, okay, muss ich vielleicht aufpassen wegen Copyright oder so. Aber ich glaube, das ist nicht Copyright. Entschuldigt. Bruder, aber ich fühle das so. Ich fühle diese Mikrowellen nachts immer noch tausendmal lauter, als ob die so einen Sensor drin haben. Ich rub mein Eye, also mein Auge. Okay, das fühle ich. Das fühle ich, Freunde, wenn man seine Augen so ein bisschen so Dinge macht, Digga. Und dann auf einmal ein anderes Universum ist. Ich werde auch übrigens nicht alles hier übersetzen, weil man lernt Englisch in der ersten Klasse schon. Von daher, ihr solltet das kennen. Oh. Was passiert, Bruder? Oh, ich hab... Ich hab nicht jünger geguckt, keine Ahnung, ich hab nichts gesehen. Der arme Junge. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie mein ich. Keine Ahnung. Nur Leute, die zwischen 2000 und 2008 geboren sind, werden das verstehen. Oder das heißt, okay, 12-Jährige verstehen das also. Alle älter als 12. Weil haben wir noch nie das Teil gesehen. Ah, doch, 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 ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das, aber ich hab keine Ahnung. Was ist das, Digga? Das kenne ich aber jetzt nicht. Hä? Ich kann nicht überstehen, was... How am I doing today? Keine Ahnung. Okay, die ist ein Baba gewesen, Bruder. Okay, ja, ein paar Sachen. War jetzt nicht das stärkste TikTok, bin ich ehrlich, Digga. Das ist ein Stück Klammer... Bruder, ich schwöre, immer so. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht mein Stuhl immer manchmal so aus wie ein Mensch. Ich erschreck mich immer, auch wenn ich ja im PC bin. Ich gucke so nach rechts. Wenn ich versuche, aufs Klo zu gehen nachts. Oh, mein Gott. Bruder, ich... Okay, zum Glück war auch meine Türen nicht so laut, Digga. Aber das Abspülen nachts manchmal, Digga. Ciao, meine Mom, Digga, die hat alles gehört. Diese Rohre werden so gebaut, Digga, dass die einfach an ihren Kopf vorbeizten. Begegangen sind, wenn er das gespült hat. Niemand? Absolutely nobody. Wirklich niemand? Kleine Kinder an einem iPad. Ich glaube, das ist der Beste bis jetzt. Ernsthaft, Digga. Ich glaube, das ist wirklich der Beste. Bruder, ich habe so oft das schon gesehen, wenn kleine Kinder mit ihrem iPad einfach nur diesen machen. Dann popeln die Essen noch nebenbei ihre Zyps, Digga, und fasten noch aufs iPad. Wenn ihr das kennt, Freunde, schreibt mir bitte in die Kommentare. Save irgendeiner von euch hat einen kleinen Bruder, bei dem das auch so ist oder so. Und da spielen die meistens Roblox oder die gucken einfach irgendwelche YouTube-Videos auf ganz laut. Wenn jemand in dein Ohr flüstert und du nur das hörst. Dieser Blick. Ich schwöre aber, manchmal, Digga, Leute flüstern in mein Ohr und ich verstehe einfach nicht, was die mir sagen wollen. Ich denke einfach meistens nur so, ah, ja, ja, okay, okay. Oder ich bleide und sage red lauter. Der Blick noch nach hinten so. Digga, den Trend feier ich, Bruder, mit diesen ganzen Bildern. Something falls off my bed. I can't just be normal and pick it up. Like, I have to do this. Okay, ich weiß jetzt schon, was passieren wird, Digga. Die wird Größe Yoga machen. Fühle ich. Ich weiß auch nicht, warum ich einfach nicht aufstehen kann, Digga. Ich mache auch immer so mit Fuß und so auf 10 Kilometer. Manchmal nehme ich sogar einen Stock, Digga, und versuche irgendwie damit. Oder kennt ihr das, Freunde, wenn die Tür noch auf ist, Digga? Ihr habt keinen Bock hinzugehen. Ihr werft einfach irgendwas dagegen, damit die zugeht. Manchmal nehme ich einfach einen Ball, der hier rumliegt, Digga, und wirf den einfach so richtig fest gegen die Tür, damit die zugeht. Es geht aber in die Zoo, dann muss ich trotzdem aufstehen. Wenn du der Letzte bist in deiner Onlineschule. Okay, ich habe zum Glück keine Onlineschule gehabt. Ich komme runter nach 30 Minuten Suchtuch. Oder erst mal, Digga, da kann ich gar nicht mehr relaten, weil ich hatte noch nie eine Wohnung, wo ich eine Treppe dran habe. Aber ey, gut, dass ihr alle Bonzen seid. Ich immer, wenn ich renne und ich Seichtstüche kriege. Oh, oh, Seichtstüche sind das Schlimmste, Digga. Dann versucht man die noch loszuwerden und die gehen immer nur schlimmer und schlimmer. Ich habe mal echt lange keine Onlineschule, Digga, weil ich bin fett und renne nicht. Ich renne nicht mal für den Bus oder für die Bahn. Dann warte ich immer noch eine halbe Stunde für den nächsten. Sag mir, dass du klein bist, ohne mir zu sagen, dass du klein bist. Easy peasy. Easy peasy. Fällt dir runter? Ja, war klar. Es war klar. Oh, no. Es ging nicht darum, zu sagen, dass du fett bist, sondern zu klein. My sister and I came... My sister and I home alone while I are a person. Ich meine Schwester alleine zu Hause, während unsere Eltern arbeiten. Mann, bin ich hungrig. Kocht die jetzt für den? Ehre. Mein Bruder hat für mich auch früher immer gekocht, Digga. Chicken Nuggets. Ja, Digga, dann immer Spaghetti oder so. Aber Hauptsache, Digga, ich konnte was früher nicht. Mittlerweile 5 Sterne Koch, Freunde. Bald Kochstreams. Wartet ab, Digga. Kommt auf Twitch. Oh, die klopft auf diese Dinge. Wahrscheinlich ist es so ein Gender-Review, wo die dann sehen, was für Geschlecht das Kind hat. Und es ist ein Cheeseburger. Geil. Me almost falling asleep every day. Okay. Okay, Bruder. 3 Uhr morgens bin ich auch voll aktiv immer. Ich finde, ich illegal Filme streame auf irgendeiner komischen Seite. Kenn ich nicht. Keine Ahnung. Hab ich noch nie gemacht. Samantha, Bruder, immer dieses... Die ist 2 Meter von dir entfernt. Bruder, ich würde... Ich hab keine Ahnung, was sie meinen. Ich würde keinen Plan noch nie gesehen. Ich finde, ich ein lustiges TikTok gucke. Bruder, der guckt gerade sein Taschenrechner an. Ha, nice. Und nachts lacht man Spinner. Nein, Bruder, wir wissen alle, keiner von uns lacht, wenn er einen TikTok sieht. Wir machen alle nur das mit der Nase, dieses... Wisst du, was ich meine? Influencer filming their giving homeless people food videos. Boah, ich hasse das. Wenn Leute das filmen, wie die Obdachlosen Geld geben. Du musst heulen dort. Okay, wir fangen nochmal von vorne. Oh mein Gott, ist das traurig. Das Traurige ist, es ist wirklich safe irgendwo, so schon mal passiert. 100 Prozent. Ist gerade dein Vater reingekommen und hat er einfach mitgetrockt? Hab ich das gerade... Bist du behindert, Momo? Guck mal, was ich für Faxen mache da unten. Momo? 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 Bist du behindert? Ich glaube, das lügt dir einfach gar nicht, was gerade passiert. Okay, jetzt haben wir hier einen Chatverlauf. Ach, die machen die Stimmen... Die schicken dem ein Bild und der muss die Stimme dann nachmachen vor dem... Digga, das ist ein geiles Spiel, Alter. Geil. Das müssen wir mal machen, Digga, auf Twitch oder so. Oh mein Gott, Jojo Siva, oder? Oh mein Gott! Es ist so exciting to see you! Oh mein Gott, das ist so... Es ist Jojo Siva! Es ist Jojo Siva! Oh mein Gott. Das nächste Mal! Who the fuck are you? Haha, who the fuck are you? Andere Leute, wenn ihr Stuhl blockt, kaputt ist, mein Vater, egal wie kaputt ein Stuhl ist, man kann immer noch drauf sitzen, Freunde, merkt euch das, es ist immer eine Möglichkeit, oh mein Gott, Bruder, okay, tschüss, damit bin ich weg. Keine Ahnung, was das für ein Jump-Scare war, aber auf jeden Fall hat es euch dazu gebracht, dass wir euch jetzt hier zu beenden, Freunde, checkt auf jeden Fall in vier Tagen mein Merch ab, wenn ihr dieses Video live seht, immer um 16 Uhr jeden Tag, ansonsten sind wir auch gleich im 18 Uhr live, haut da rein, und grüßt Momo von mir, ah ne, warte, jetzt muss ich, äh, hä?